Als der Motor ihres Flüchtlingsboots auf dem Mittelmeer nicht mehr funktionierte, zog die junge Frau zusammen mit ihrer Schwester das Boot schwimmend ans rettende Ufer. Yusra Madini ist eine fantastische Schwimmerin, lebte und trainierte viele Jahre in Deutschland, nahm 2016 sogar an den Olympischen Spielen teil. Heute ist die 25-jährige Botschafterin des UN-Flüchtlingshilfswerks. Wir müssen viel ändern in der Welt und ich glaube, so viele junge Leute machen so viel und ich hoffe, dass meine Stimmung das macht und das ändert.